Es war ein fantastisches Erlebnis. Ich habe Feuer gefangen und wollte am Sonntagabend nicht mehr heimgehen. Und all die Bands, die es heute noch gibt, zum Beispiel in Chris Ria, sind auch schon aufgetreten. Warum kommen die nicht mehr an das Open Air St. Gallen? Ich glaube, das Summer Days Festival ist ein passendes Festival für diese Bands. Ich glaube, es wäre ein Fehler, wenn wir im Rahmen des Jubiläums nochmals alle Bands aus den früheren Jahren präsentieren. Ich glaube, das Publikum, vor allem das junge Publikum, würde das nicht gutieren. Ich glaube, wir sind ein Alts-Festival, aber wir sollten jedes Jahr wirklich jung daherkommen. Hättest du dich vorstellen, 1988, dass du mal so Chef von Open Air St. Gallen bist? Nein, definitiv nicht. Ich habe Feuer gefangen dort, wie gesagt. Ich habe mir immer erträumt, einmal für einen Veranstalter zu arbeiten. Dass es dann in Open Air St. Gallen geworden ist, bereits nach ein paar Jahren. Da ist ein Traum in Erfüllung gegangen. Wird es Open Air St. Gallen noch 40 Jahre geben? Auch 40 Jahre ist eine sehr lange Zeit. Und ich glaube, wir können stolz sein, dass wir 40 Jahre ununterbrochen das Open Air St. Gallen schon haben. Ich glaube, wir können mal die nächsten 5 und 10 Jahre in Angriff nehmen. Und dann schauen wir, was passiert. Wie lange machst du es noch? Im Moment habe ich nach wie vor Spass. Ich bin bei diesem Metier zuhause eigentlich und sehe mich noch nicht abgetreten. Ich habe Festival-Kollegen, die gegen die 70 Jahre sind und machen immer noch einen fantastischen Job. So lange werde ich es nicht machen, das kann ich heute sagen. Aber ich bin noch voll im Saft und möchte gerne ein paar Jahre weiter machen. Und dann, bald. In der Bloomberg bin ich hierher. Und dann, bald. Dann, bald.